Guten Tag, mein Name ist Aidan O'Rourke und in diesem Video werden wir in Dublin die Brücken über den Fluss Liffey anschauen. Die Westlinkbrücke, Drachet & Nuskwoher hier, ist ein Teil der Autobahn M50. Sie erhebt sich 42 Meter über dem Fluss Liffey und wurde 1990 fertiggestellt. Es gibt hier eigentlich zwei Brücken. Die zweite wurde 2003 hinzugefügt. Farmley Bridge, die in den 1870er Jahren gebaute Brücke, transportierte einst Wasser und Elektrizität über den Fluss. Die Annalivia Brücke, Drachet & Nuskwoher befindet sich in Chapel Izzet im Westen von Dublin. Sie wurde im Buch Dubliners von James Joyce erwähnt. Die Brücke entstand 1753 und wurde 1982 um Gehwege erweitert. Annalivia, Owen Naliffa, ist die Personifizierung des Flusses Liffey. Island Bridge, Drachet & Nuskwoher, auch Sarah's Bridge genannt, ist in der Nähe des Phoenix Park. Die heutige Brücke wurde 1791 erbaut und nach Sarah Fane, Gräfin von Westmoreland, Ehefrau des Lord Lieutenant of Ireland benannt. Sie wurde 1922 in Island Bridge umbenannt. Sean Houston Brücke hieß ursprünglich Kingsbridge und wurde 1828 eröffnet. Der nahegelegene Bahnhof wurde auch Kingsbridge genannt. 1941 wurden beide in Erinnerung an Sean Houston umbenannt, der 1916 am Osteraufstand teilnahm. Mein Vater nannte die Brücke und den Bahnhof Emma Kingsbridge. Heute fahren Straßenbahnen über die Brücke. Das Dubliner Light Rail System heißt Lewis. Lewis ist das Wort in der irischen Sprache für Geschwindigkeit. Frank Sherwin Brücke, Drachet Franchiersee-Jarwain, liegt neben Houston Bridge und wurde 1982 gebaut. Sie ist nach dem Dubliner Politiker Frank Sherwin benannt. Die Anna Livia Skulptur findet man jetzt in einem kleinen Park in der Nähe des Flusses. Anna Livia befand sich früher in der O'Connell Street. Sie wurde von Eamon O'Doherty entworfen. Rory O'Moore Brücke. Drachet Rory Ivora befindet sich in der Nähe der Guinness-Bauerei. Diese gusseiserne Brücke wurde 1859 eröffnet. Sie wurde in St. Helens bei Liverpool hergestellt. Rory O'Moore war ein Organisator der irischen Rebellion von 1641. James Joyce Brücke, Drachet James Joyce, wurde 2003 fertiggestellt und von Santiago Calatrava entworfen. James Joyce's Kurzgeschichte, The Dead, spielt in einem Haus mit Blick auf die Brücke. Mit ihrem modernen Design kontrastiert sie stark mit den umgebenden Gebäuden. Mellows Bridge, Drachet E. Wilierse, wurde im Jahr 1768 eröffnet. Sie ist die älteste Brücke in Dublin. Liam Mellows nahm am Osteraufstand von 1916 teil. Er wurde in England geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Ashton-on-der-Line bei Manchester. Die Fr. Matthew Bridge, Drachet E. Wilierse, wurde 1816 erbaut und befindet sich an der Stelle der ältesten Brücke Dublins, der Dubliner Brücke aus dem Jahr 1014. Im Jahr 1938 wurde sie nach Fr. Matthew, dem katholischen Priester und Abstinenzreformer, benannt. O'Donovan-Rosser-Brücke, Drachet E. Ronewine-Rosser, befindet sich neben den Civic Offices des Dublin City Council und wurde 1816 gebaut. Ihr früherer Name war Richmond Bridge und sie wurde im Jahr 1923 nach dem irischen Agitator O'Donovan-Rosser umbenannt. Die Gratton-Brücke, Drachet Gratton, ist auch als Essex Bridge und Cable Street Bridge bekannt. Die Brücke, die wir heute sehen, wurde 1872 gebaut. Sie wurde nach dem Politiker Henry Gratton benannt. Sie ist für ihre verzierten Lampen bekannt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts lag das Zentrum von Dublin an dieser Stelle. Östlich von hier gab es keine Brücken mehr. Der Fluss war voll mit Segelschiffen, die an den Keys festgemacht waren. Später verlagerte sich das Zentrum in Richtung Osten. Die Millennium Bridge, Drachet Ne Mielische, ist eine Fußgängerbrücke. Sie wurde von Howley Harrington Architects entworfen, in der Stadt Carlo gebaut und 1999 eröffnet. Die Hapney Bridge, Drachet Ne Liffe, ursprünglich Wellington Bridge, ist eine Ikone von Dublin und eine der meist fotografierten Brücken Europas. Sie wurde 1816 gebaut. Es kostete damals einen halben Penny, die Brücke zu überqueren. Und so wurde sie als die Hapney Bridge bekannt. In späteren Jahren wurde der Preis erhöht. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter sagte, die Brücke hieß auch Penny Hapney Bridge. Im Jahr 2001 wurde die Hapney Bridge saniert und neue Beleuchtung wurde installiert. Ich finde sie zu hell. Meiner Meinung nach sollte sie so aussehen wie im Jahr 1816. Täglich überqueren schätzungsweise 30.000 Menschen die Hapney Bridge. Und ich habe sie auch sehr oft überquert. O'Connell Bridge, Drachet Ne Liffe, ursprünglich Carlisle Bridge, erbaut 1794, wurde im Jahr 1882 umgebaut und erhielt den Namen O'Connell Bridge, um des berühmten irischen Politikers Daniel O'Connell zu gedenken. Viele Leute meinen, die Brücke sei ein exaktes Quadrat, aber das stimmt nicht. Sie spannt sich auf knapp 45 Meter über den Fluss und ist 50 Meter breit. Der gemeißelte Kopf von Anna Livia schaut die Keys entlang in Richtung Westen. Rosie Hackett Bridge, Drachet Roshahakir, wurde am 20. Mai 2014 eröffnet. Auf dieser Brücke überqueren Straßenbahnen, Busse, Taxis, Fahrradfahrer und Fußgänger den Fluss. Rosie Hackett war Gewerkschaftsführerin. Butt Bridge heißt im Irischen Drachet Ne Korale oder Kongressbrücke. Sie wurde 1932 erbaut und ersetzte eine Drehbrücke, die 1879 eröffnet wurde. Isaac Butt war Rechtsanwalt und Politiker. Die Lupleinbrücke, Trachet Irnrodne Lupline, ist eine Eisenbahnbrücke, die 1891 gebaut wurde, um Eisenbahnlinien nördlich und südlich des Flusses zu verbinden. Vom Zug aus genießt man eine großartige Aussicht auf den Fluss. Aber die Luplein Bridge war schon immer umstritten, weil sie den Blick auf das Custom House versperrt. Die Talbot Gedächtnisbrücke, Drachet Kainachan Talboid, wurde 1978 erbaut und nach Matt Talbot benannt. Für seine religiöse Hingabe und Abstinenz von Alkohol wird Matt Talbot immer noch verehrt. Sean O'Casey Brücke, Drachet Kainachasig, ist eine Fußgängerbrücke und öffnete 2005. Sie wurde vom Architektenbüro Cyril O'Neill entworfen und nach dem berühmten irischen Schriftsteller Sean O'Casey benannt. Samuel Beckett Bridge, Drachet Samuel Beckett, ist eine Drehbrücke, die vom Büro Santiago Calatrava entworfen wurde. Mit ihrem markanten Design, die an eine Harfe erinnert, ist sie schnell zu einer Ikone von Dublin und der gesamten irischen Nation geworden. Die Brücke wurde in Rotterdam gebaut, auf einem Ponton nach Dublin gebracht und eingeschwommen. Sie öffnete am 10. Dezember 2009. Die Eastlink Bridge, umbenannt in Thomas-Clark Bridge, Drachet Hommage i Hlerig, wurde 1983 eröffnet. Thomas-Clark war ein irischer Revolutionär und einer der Hauptorganisatoren des Osteraufstandes von 1916. Sie ist eine Mautbrücke, die täglich von 14.000 bis 17.000 Fahrzeugen benutzt wird. Der Fluss, die Brücken und die Keys von Dublin geben der Stadt ihren einzigartigen Charakter. Ob Tag oder Nacht sind sie ideal zum Fotografieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Aidan O'Rourke. Auf Wiedersehen in Dublin. Wagner Good riches Ciao rolling ho die ca Untertitelung des ZDF, 2020